Das heißt wir machen uns jetzt auf den Weg dahin, allein weil uns eine Quest da gerade hinführt. Sieht ihr ein neues Haus im Falgenring an? Allein schon ein Haus. Es ist nicht mein Haus. Mit dem Bauch voller Meth wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. So, das dürfte nicht auch zu lange dauern, der Weg dahin. Und wir wandern des Mülles entlang. Ich glaube ich mache diesmal Lühe zum Vogt des Hauses. Da da da, da 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 da, da 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 da. Eine Brücke. Wir springen über Stock und Stein. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint gehabt, haben wir schon. Dann rennt mir ein bärdiger Mann auf einmal entgegen und prügelt mich nieder und geht mir sein Gesicht ganz dicht an meinem Rand und sagt, die Armee ist immer auf der Suche nach fähigen, starken Kriegern. Oh Mann, das dauert ja ewig hin. Das Gelaufe zählt ganz schön an der Substanz. Haus. Seeblick. Entdeckt. Haus kann man es nicht nennen, aber naja, was nicht ist, wird ja noch werden. Ich mach mal ein Sicherungssafe. Was greift mich da an? Hey cool, Fell, danke. Noch mehr? Danke für dein Fell. Oh, der ist schon leer, schade. Hier gibt es tatsächlich ein Material, ein Eisenerz. Oh, nehm ich mit. Das ist ja cool, dass das genau hier ist. Hallo? Nimm es doch mit. Was ist denn das Problem? Warum konnte ich mich in der Extensicht laufen? Die Erzade ist erschöpft. Cool, dass das hier direkt vor Ort ist. Bruchstein ist klar, dass das hier ist. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, nehm ich mal alles mit. Im Moment aus Prinzip. So, Grundriss, Kleines aus. Ja, möchte ich herstellen. Danke. Gut, das funktioniert. Wir bauen ein Fundament. Wir brauchen 10 Nägel. Die kann ich mir, glaube ich, hier herstellen. Ach, Nägel. Nein, 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 warte. Alles der Reihe nach. Nicht zu viel bauen. Dach. Fußboden. Tür. Gut, das Schloss. Zwei Scharniere und ein Eisenbeschlag. Ein Eisenbeschlag. Ein Eisenbeschlag. Ein Schloss. Und zwei Scharniere. Das ist das, was man kostenlos hier da oben drauf kriegt, um dieses Haus überhaupt fähig zu stellen. So. Können wir uns so ein kleines Tiergehege anlegen. Ich warte aber erst mal. Ich kann aber noch nicht laufen. So, sonstiges. Ich bin aber auch nicht weit über ein Gebiet. Ah, das ist Bruchstein. Habe ich noch mehr? Ja. Das kann man alles hier rüber. Ich trage immer noch zu viel. Dann schmeiß mal. Das Eisenbeschlag brauche ich aber noch. Was wiegt denn zu viel? Ja, mein Gold. Das wiegt. Ich wollte gerade sagen, das wiegt wirklich eins. Weil dann ist das Ende. Aber Gold wiegt ja nichts. Aber Lehm. Ich habe mir Riede als Stern noch in der Tasche. So. Etwas spartanisch, aber naja. Ich brauche auf jeden Fall eine Menge Ei. Ei, ei, ei. Eine Menge Zeug. Fürs Gute, dass hier ein Baum steht. Der war vorher nicht da. So, Hauptraum. Ja. Gibt es einfach. Das ist jetzt das Ding dahinter. Ich werde es wahrscheinlich nicht bauen können. Eisenbeschläge, Schloss, Scharniere, Nägel. Vor allem bei mir ist es wahrscheinlich... Ja, mir fehlt jetzt Eisen. Ja, das ist jetzt die Frage. Wie mache ich das? Springe ich jetzt? Wie habe ich das im ursprünglichen Spiel gemacht? Ich glaube, ich bin wirklich hin und her gesprungen. Ich habe das zusammengekramt, ne? Ja, ich mache das jetzt auch. Aber ohne Geld wird es nicht klappen. Ich springe jetzt mal nach Weißlauf. Wir könnten das Haus natürlich auch im Laufe des Spiels aufwerten. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fäde mit der Graumähen. Ah. Ausgerechnet jetzt. Mit in der Nacht reinkommen. Schlecht. Da fliegen die Planeten oder was auch immer das ist. Monde sind es nicht. Dafür sind die zu fett. So, ich würde Eisen schmieden. Schmelz, meine ich. Stahl. Das ist ja recyceln. Das will ich ja nicht. Gut, ich habe schon mal das eine. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Dann stelle ich zum Verkauf. Vergesst nicht auch den... Wir haben doch den... Reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Habt ihr frei oder was? Ich sage nicht, dass ich der... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich werde bauen. Also gebt mir so viel Eisen wie möglich. Das ist jetzt gleich hinterher. Korundumbarren. Ja, da gibt es mir auch am besten... Och, das kostet aber richtig. Ah, naja. Aber ich bin ja auch nicht ohne. Oh, da steige ich die Feuerresistenz. Warum habe ich das nicht entzockelt? So, dann habe ich... Ja, die beiden Klingen, die behalte ich mal. Dann gehe ich mal. Hey, hat sich doch gelohnt. Und wieder zurück. Eine Richtung mache ich später. Das ist dann... So, das... Halt den Grund, das will ich gerne fertig haben. Och, was ist die blöde, ey. Ich liebe diese Stelle. So, was braucht ihr denn für den hinteren Teil? Eisenbeschlag, ein Schloss und Scharnier. Eisenbeschlag. Und ein Schloss. So. Ein Schloss kostet auch nochmal was. Warum habe ich denn rausgeklickt? Hey, ein Stall. Cool. Naja, für das Pferd. So. Das braucht Holz und Bruchstein. Holz habe ich jetzt nicht mehr. Lydia, ich habe einen neuen Aufgabstich. Mache ich Lydia zum Vogt? Ne, 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 ne. Lydia ist kein Vogt. Lydia ist Wache. Ja, so viel zum Thema Remastered. Ein Bug entdeckt. Vielleicht ist das in der Kurs, da können wir mal springen. Anderfalls hätte ich gesagt, gehen. Aber hier können wir noch springen. Ich muss mal eben kurz den Huskar suchen hier. Ich weiß allerdings nicht, wo die rumläuft. Wahrscheinlich noch hier drin. Stahl ist gut. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich den auch gleich auskaufen. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr brauchen oder eine Rüstung benötigt. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Ja, ja, ja. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Oh, das wird mir gleich... Die müsste hier rumlaufen. Die müsste hier rumlaufen. Wenn wir jetzt Fallout spielen, hätte ich keine Probleme. Da habe ich einen Cheat-Modus an. Der sogar super simpel ist. Der annulliert das Gewicht auf minus eins. Wo ist denn die? Die ist bestimmt bei Hausseepleck jetzt. Dann bin ich umsonst hergesprungen. Schleichen wir hier. Ich habe eine dunkle Forderung. Nein, ich kann nicht springen. Ich würde sonst fast gerne sagen... Stahl ist gut. Die besten Waffen und Rüstungen. Kann ich nicht... Kann ich irgendwas... Muss ich... Wie viel wiege ich... Wie viel wiege ich hier? Das ist ein guter 40. Ach, sag mal. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich kann dieses Mondstein, was ich da habe, verkaufen. Wo ist denn das? Nehmt der das nicht? Doch. Der nimmt das Mondstein nicht, was ich habe. Nee, dafür habe ich viel zu viel bezahlt. Oh, Menno. Das ist das ganze Feld. Wo ist denn? Denk daran. Gut. Stahl ist jeden Septim wert. Ich gebe euch Deckung. Du musst was tragen für mich. Ich stehe zu eurer Verfügung. Hier, nimm meine Last. Geht ihr voran. Oh, ist mir das nicht gleich eingefallen. Hm.